So, wir wollen mal kurz zeigen, wie man die Tasten bei der EK84-Tastatur beschriften kann. Dazu benutzen wir hier den Key Puller und ziehen die durchsichtige Kappe oberhalb der Taste ab. Dann kann man einfach die vorgefertigte, die bereits hergestellte eigene Beschriftung auf die Taste legen. Und dann einfach wieder die Tastenkappe aufsetzen. Und schon hat man die Taste beschriftet, in dem Fall hier mit einem Undo-Befehl.